moin moin und hallo heute ein cooles unboxing video von mir für euch schaut zu wie ich diese www wg design editions glas sweetie auspacke es ist ein schönes glas ist wunderschön wir haben eine tolle verpackung wie ihr seht und es ist vom designer valentini fliphoff von rastal design studio oh ja ob kiel royal passort royal oder strawberry royal mit dem exklusiven gläsern der www g design edition bei rastal erleben sie unsere erlesenen cocktail kreationen mit allen sinnen ich kann gut auf dem kopf lesen ihr merkt so packen wir es mal aus was haben wir denn das schönste drin wir öffnen und ziehen uns das glas raus da ist das glas es ist wirklich groß ich würde sagen 23 zentimeter hoch und circa zehn zentimeter breit es hat ein circa zehn bis zehn zentimeter langen stil und es ist glaube ich wirklich lecker zu geeignet für cocktails hier können wir super cocktails drinnen machen und dann zum beispiel hier oben ein leckeres wie heißt das zucker topping obendrauf dann noch schön einen einen strohhalmer rein und ihr habt südsee feeling zu hause das ist das glas sweetie vielen dank fürs zuschauen bitte abonniert mich gibt mir ein positives feedback und bis zum nächsten mal sun sun gutes anwaxing für ein video finden vom fing video von der haum